250 deutsche und estnische Soldatinnen und Soldaten trainieren gemeinsam bei dem Großmanöver Beutig Taiga. Hier in Estland setzt das Objektschutzregiment der Luftwaffe und das Seebataillon sowie der ABC-Abwärtszug der Marine ein Signal für die Bündnispartner. Deutschland übernimmt Verantwortung für einen verstärkten Schutz an der NATO-Ostflanke. Ein Schwerpunkt der Übung, die Hafensicherung. Hier laufen die Grundsätze der Luftwaffe und Marine zusammen. Das Ziel ist es, die kritische Infrastruktur zu sichern. Bei diesem Verfahren suchen wir sehr, sehr großräumig zunächst einmal nach Kampfmitteln. Wenn wir welche finden, würden wir diese beseitigen, um ein sicheres Umfeld für das Anlegen einer sogenannten High-Value-Unit, das ist ein Kriegsschiff oder ein Versorgungsschiff, hier sicherzustellen. Falls Kampfmittel gefunden werden, also atomare, biologische oder chemische Kampfstoffe, kommt hier bei Beutig Taiga der ABC-Abwärtszug der Marine zum Einsatz. Ihre Aufgabe? Gefährliche Stoffe identifizieren und beseitigen. Lagebar ein Unfall eines Tauchers nach einem Tauchgang. Der Taucher wurde kontaminiert mit einer unbekannten Flüssigkeit. Meldung an uns als ABC-Kräfte. Wir haben diesen Auftrag angenommen und dann den Taucher hier an Land gebracht. Dabei stellt sich heraus, dass auch die Besatzungsmitglieder kontaminiert wurden. Der Stoff konnte zweifelsfrei als ein Gefahrstoff festgestellt werden und haben dann entsprechende Maßnahmen der Dekontamination durchgeführt. Neben dem Training am und im Wasser wurde auch die Infrastruktur an Land gesichert. 50 Meter! Weiter, weiter! Hier übten die Objektschutzkräfte der Luftwaffe, gemeinsam mit den Spezialisten der Marine einen Wald zu durchkämpfen. In der heutigen Lage haben wir die Sicherung des Airports Emari im Vollergrund. Hier haben die Objektschützer der Luftwaffe feindliche Kräfte zusammen mit den Esten besiegt. Und nun haben wir hier ein unklares Objekt, was sozusagen durch die Kampfmittelbeseitiger der Marine, die Minentaucher, einmal aufgeklärt werden muss. Bei der freilaufenden Übung werden auch Gebiete erkundet und gesichert. Nicht immer läuft dabei alles wie geplant. Man hat sich die Lage so dargestellt, dass wir während der Erkundung auf eine Sprengvorrichtung aufgefahren sind. Dadurch ist unser erstes Fahrzeug ausgefallen. Das haben wir dann anschließend geborgen. Dabei hatten wir zwei Verwundete. Diese haben wir dann hier im Hintergrund auch zu sehen zu einer größeren Fläche gebracht, dass hier der Verwundetenabtransport durchgeführt werden kann. Zum ersten Mal unter Baltic Tiger konnten die Fähigkeiten der Luftwaffe und der Marine zusammengebracht werden. Das Ziel, Häfen und Flughäfen unter Realbedingungen zu schützen und zu sichern, war für alle Soldatinnen und Soldaten ein erfolgreiches Training. Zum ersten Mal unter protez dich. Zum ersten Mal unterhalten. Vielen Dank.